Am Mittwoch musste Joel Martip die Übungseinheit noch angeschlagen abbrechen, am Donnerstag war er aber wieder da. Nach dem Mannschaftstraining sprach der Schalker Verteidiger über seine Fitness, ein kurioses Gerücht und die Rückkehr eines Hoffnungsträgers. Leichte Probleme, aber alles im Grenzen. Das konnte die ganze Trägenseinheit schon mitmachen und mit leichter Vorsicht ist das schon alles machbar. Die Transferperiode ist immer da für die wildesten Gerüchte. Was sagt der FC Barcelona? Hat er schon bei ihm angerufen? Schon weiß ich nichts. Was sagen wir zu solchen Gerüchten, wenn man so etwas liest, dass so ein Verein angeblich an einem interessiert sein soll? Gibt es Schlimmeres, würde ich sagen. Die Gerüchteküche brodelt, unter anderem fällt auch natürlich wieder der Name Julian Draxler. Können Sie sich vorstellen, dass Julian Draxler den FC Schalke in den Vier verlässt? Schalke ohne Julian Draxler. Er ist ein super Spieler, da werden immer große Klubs Interesse haben, aber ich würde mich natürlich auch freuen, wenn ich noch lange mit ihm zusammenspielen kann. Also Sie würden ihm raten, bleibt noch ein bisschen? Das entscheidet er schon selbst, aber wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn ich noch länger mit ihm zusammenspielen könnte. Es gibt einen Rückkehrer, Klaas Herrn Hünteler ist wieder auf dem Platz dabei. Wie wichtig ist das für das Team? Was strahlt der so aus, wenn er mit beim Training dabei ist? Ein Spieler mit einer überragenden Klasse, der kann jedem Team helfen und es ist natürlich wieder schön, ihn auf dem Platz zu sehen. Freut einen. Den Stand der Vorbereitung beurteilt der 22-Jährige durchaus positiv. Der eine oder andere Verletzte kommt jetzt hinzu und das sind Prozenten auszudrücken, ist nicht ganz so leicht, aber wir sind auf einem guten Weg, wieder bessere Leistung zu bringen. Wie gesagt, wir hatten jetzt schon eine Trainingseinheit hinter uns und da merkt man, dass ein bisschen was zusammenwachsen kann und es braucht natürlich auch Zeit, aber ja, genau. Schließlich bleibt noch die Frage nach taktischen Gedankenspielen. Schalke hat Sorgen auf der Sechserposition. Dort könnte Matip ja auch spielen. Ich habe es ja schon einige Male da probiert und da auch gespielt. Ich denke mal schon, dass ich der Mannschaft auch da helfen kann, auch wenn ich mich persönlich vielleicht in erster Linie auf der Innenverteidigerposition sehe. Aber auch wenn ich auf die Sechs spiele, spiele ich da auch sehr gerne. Am übernächsten Sonntag in Hamburg weiß man mehr.